Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Wir haben extra für euch einen neuen Kompetenzflyer rund um die Samsung Haushaltsgerätewelt zusammengestellt. Heute möchte ich euch die drei wichtigsten Produkte vorstellen. Zum einen der Samsung Jet 70 Akkusauger. Er verfügt über einen digitalen Invertermotor mit einer unglaublichen Saugleistung. Der Lithium-Ionen-Akku hält bis zu 40 Minuten und ist auch austauschbar. Das Gerät bekommt ihr bei uns für nur unglaubliche 333 Euro. Zusätzlich erhaltet ihr von Samsung ein 50 Euro Cashback. Lasst uns zum nächsten Gerät gehen. Der RL34-T600 bietet 30 Prozent mehr Nutzinhalt als vergleichbare Geräte. Außerdem ist er extrem leise mit nur 35 Dezibel. Durch die No-Frost-Funktion braucht das Gerät auch nie wieder abkauen. Ihr bekommt es bei uns für unglaubliche 599 Euro. Außerdem schenkt euch die Firma Samsung einen Luftreiniger dazu. Lasst uns das letzte Highlight anschauen. Und zum Schluss die Samsung Waschmaschine WW10 T654. Die Schontrommel bietet ein Fassungsvermögen von 10 Kilo. Die AdWash-Funktion ermöglicht es euch, problemlos Wäsche nachzulegen. Durch den digitalen Inverter-Motor arbeitet die Maschine sehr leise und sparsam. Die Quick-Drive-Funktion ermöglicht es euch, Wäsche schnell zu waschen und energiesparend. Auch hier schenkt euch Samsung den Luftreiniger im Wert von 299 Euro dazu. Das waren nur drei Highlights von unserem neuen Samsung Flyer. Für mehr Angebote kommt zu uns im Markt. Wir beraten euch gern. Euer Mediman. Inter und Peutphen Gaik Gute Gaik 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 Gute Gaik 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 Do Gaik Vielen Dank.